Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Jetzt suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Du bist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Es soll mit der 12. Armee die Sache unterstützt. Und dann, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Dann soll die Armee kehrt machen! Aber Sie noch zwei Fälle in deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrunken! Die Kinderlein, das ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Um sich zu autorisieren, warum nicht dein Verkrankt? Ja, vielleicht zum Dörd!